so weiter geht's reingetappt und wieder ausgetappt jetzt kann es gestört weitergeben es regnet schon wieder und es dämmert auch ich möchte eigentlich mit meiner grundungstour sobald durch sein damit wir uns dann abends jetzt um die aufträge kümmern können beziehungsweise brauche ich ja vorher noch eine ertrunkene können wir ja erschlagen ertrunkene gehen ja jetzt kaufmannsbrücke ok gut die kaufmannsbrücke irgendwo ist es schon schön dass ich mit 1 schon gespielt habe weil so erspare ich mir halt das oder diese unwissendheit anfang am allerersten mal weil ich habe das spiel überhaupt nicht verstanden ich habe weder das kampfsystem verstanden noch die alchemie ich habe gar nicht so und hier jetzt bei diesem durchgang fällt es mir schon deutlich einfacher kann halt auf mehr details achten kann man halt wirklich mehr gucken okay was ist hier so alles ohne dass ich halt genervt davon bin dass ich einfach keine ahnung habe wie es weitergeht da ich jetzt halt was na was schon ich will in die stadt es gibt eine wie heißt es noch quadrantine dauert sie noch lang diese quarantäne so was weiß der kommandeur ich nicht und der kommandeur ist wohl drin gilt diese quarantäne denn für alle keine ahnung habt ihr schon ja jetzt bin am leuchter leute mit passen die darf ich reinlassen verstehe reden wir weiß der geistliche dass ihr hier seid natürlich weiß er das natürlich ich glaube euch nicht hat er euch was mitgegeben ja ich bin müde aber er ist unbeeindruckt weiß der geistliche dass ich ähm natürlich ich glaube ich komme später ja okay gut ja ich will erst mal kunden fertig sein dann schaffen wir es glaube ich nicht wenn ich ja hier erstmal wieder in die häuser höserchen reingucken möchte was natürlich auch noch nice wäre ist wenn ich diesmal komplett alle punkte verteilen könnte das heißt wenn ich wirklich voll hochgelevelt wäre ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist und wäre ja gut zu wissen aber ich möchte es zumindest versuchen beim letzten mal hatten wir also haben wir wirklich sehr viele fähigkeiten punkte noch gefehlt aber da war ich wie gesagt froh dass ich durch war ja 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 von der kam war einmal in diese richtung Das klang eher wie ein Affe. Was bist du? Jetzt mal ernsthaft, was ist da? Okay. Gut. Leicht unheimlich, aber es passt. Ich glaube, da hinten ist das Dorf vom letzten Mal. Hier ist eine dieser Kapellen. Können wir dann im Dunkeln auch noch anmachen. Also grafisch finde ich das Spiel noch gar nicht mehr so schlecht dafür, dass es hier... Na gut, es ist von 2007, glaube ich. Also so schlecht finde ich das gar nicht mal. Man kann es zumindest heute immer noch ganz gut spielen. Das Einzige, was halt wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist das Kampfsystem. So, hier ist wieder eine Feuerstelle. Und hier ist der Grufteingang, aber ich glaube, es war einmal abgeschlossen. Okay. Ich meine auch, dass es zu dunkel war. Das heißt, wir hätten da drin noch nicht mal was sehen können, selbst wenn wir schon rein könnten. Das ist halt so das Nervige, dass ich darauf halt wirklich achten muss, dass ich diese Tränke habe. Wir gucken einfach gleich mal bei der Kräuterhändlerin. Und wir bei ihr was kaufen und verkaufen können. Hier ist einmal Abigail's Haus. Was wollt ihr? Ihre Haare tanzt und schlimmt wieder. Felschpflanzen, okay. Wo 100 will die dafür haben? Grundstoff für Bomben. Tatsächlich Bomben werde ich wahrscheinlich eher weniger erstellen hier. Ich war schon über mein Haupt. Wie das mit den Klingenüberzügen geht. Ich habe keine Ahnung. Und ja, aber die Bargestenschäde, die brauchen wir halt für einen Auftrag. 200 Ohren. Bist du denn irre? Wie soll ich denn 200 Ohren so schnell... Also am Anfang wird es einem wirklich nicht leicht gemacht. Na gut, aber... Noch leichter als bei Gothic 1. Gothic 1 ist ja... Ein bisschen schwieriger noch. Bei... Na doch, ich komme tatsächlich noch ganz gut mit klar. Liegt aber auch vielleicht mit daran, dass ich das schon... Achtmal durchgespielt habe. Wobei es jetzt auch wieder vier Jahre zurückliegt. Das letzte Mal. Hier ist auch noch ein Hof. Mit einem Hündchen. Ich tue da noch nichts. Lauf doch nicht weg. Okay. Gut. Jetzt haben wir aber alles erkundet. Sehr geil. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zum Startdörfchen wieder hin. Und dann werde ich gucken, ob ich da vielleicht was anderes noch verkaufen kann. Und sobald es dunkel ist, werden wir uns dann um die ersten Aufträge kümmern. Weil die meisten Monster kommen nur nachts raus. Bis bald. Einmal kurz hier rein. Was kommt denn jetzt? Geralt? Hm. Und? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. So. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Soltan. Ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Und nicht wieder Minispiele. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Nee. Jeder Söldner hat gespielt. Okay. Und wie? Wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklickwürfeln. Manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Ähm. Wir fangen mal klein an. Ähm. Ach so. Möchtet ihr erhöhen? Möchtet ihr erhöhen? Möchtet ihr Islamicer? Möchtet ihr комнаiert- Alles klar? Möchtet ihr? Möchtet ihr? Schwer- Längst ihr? Möchtet ihr? Möchtet ihr? Er ist verändert. Ich habe gewonnen. Sehr schön. Ähm, dann machen wir einfach mal wieder gewonnen. Okay. Mensch, ich habe sogar mal ein Minispiel gewonnen, das ist unglaublich. Ähm, ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels, das ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Okay, ich spiele ein Spiel gegen Sultan, es war sehr lehrreich und ich glaube, äh, ich spiele ein Spiel gegen Sultan. So wie es funktioniert, ich frage mich, ob man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon, ne? Ist gut, das ist jetzt nicht so viel. 115. Ähm, bei dir möchte ich erstmal was lagern. Vor allem die Feuersteine. Ähm. Ähm. Interfieren nicht unbedingt. Das Spiel würde ich auf hier was lagern wollen. Das auch. Würde ich gern behalten. Okay. Den Rest nehmen wir so einfach wieder mit. Da einmal zur Tür hinaus. So, und das ist nachts. Ähm. Äh. Äh. Noch einmal kurz nachgucken. Was haben wir denn hier alles? Beringas Geheimnis. Bäringas Geheimnis. Bargästvertrag. Zehn Stück. Ertrunkener. Ghul. Vertrauen. Muss ich Harren, Odo und Mikul überzeugen. Ja. Ich sollte mit den bekannten Moron und Moron gehen und erfahren, wie ich diese Moron erfinden kann. Okay. Und das war das mit den fünf Kapellen. Ja. Legen wir doch mal los. Hab ich eigentlich jetzt meditiert? Ich glaube nicht, ne? Egal. Wie geht's denn davon schon wieder ab? Die klingt, also die Frau klingt so ein bisschen nach... Oh, wie heißt denn die eine aus Game of Thrones? Ähm. Das werdet ihr bereuen. Die aus Rosengarten. Mal sehen, wie gut ihr wirst. Ich weiß nicht, ob die das wirklich ist, aber... Seid ihr es? Hitze! Hilfe! Schwirrt ab, Mehlhaut! Hier sind keine Ungeheuer! Schrumpfen euch die Eier, Butch? Margari! Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier! Ich glaub, das ist nicht die Stimme, aber so ein bisschen... Dieser Nachhall in der Stimme lag, klingt das so ein bisschen nach. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das kannst du nicht erwarten. Ja... Ich weiß nicht, wie viel Leben die gerade noch hatte. Hilft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Sträuchen. Doch ich muss nach Hause. Oder Emma Stone. Emma Stone könnte das auch sein. Ich glaub, er ist Emma Stone als die Margari. Stimmt, Emma Stone. Oh Gott, die müssen mir die Stimme dann nochmal anhören zu. Und die Axt können sie... Oh, viel hat... Na gut, ja, so viel ist es schon noch. Oh... 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 Soll ich mich wieder runterdacken lassen? Ich kann ins Würmchen. Ja... Ich will die ganze Zeit rauszoomen. Das funktioniert nicht so ganz. Das kommt jetzt auch an einer später Kuhlauf. Da! Also, diesmal habe ich hier einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt als beim letzten Mal. Obwohl weißlich. Denn beim letzten Mal... Ich habe auf Mittel gespielt und das war einfach nur bock schwer. Und ich finde, man sollte dennoch... Zumindest bei so einem Spiel zumindest noch Spaß dran haben. Ich meine... Gut, wäre das jetzt ein Dark Souls, dann... Gut, okay. Da gehört das wirklich dazu. Aber... Es war nun mal kein Dark Souls. Also, hier macht es mir tatsächlich jetzt viel mehr Spaß auf der Stufe. Äh... Ich werde es einmal ganz kurz hier ausmachen. Denn ich bin so auch ein bisschen gemütlicher und ich... Mal kurz... Noch wieder ein bisschen hoch. Ich bin einfach... Ein zu kleines Gebremsel! Zu klein... Für alles. Wo ich stolz 1,67 bin. Äh... In diese Richtung. Ich bin einfach... Die wird es versehen... Ich glaube nicht... Uh... Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Äh. Ich weiß, sie darf nicht sterben. Das ist das große Problem. Oh, sie ist aber fast tot. Ich glaube, falls wir sie diesmal verlieren sollten, werde ich einmal vorrennen. Weil das geht tatsächlich. Man kann dann auch einfach vorrennen. Wie ich sie jetzt zum Beispiel mache. Wie ich sie jetzt zum Beispiel mache. Wie ich sie jetzt zum Beispiel mache. Okay. Sie ist tot. So, wir müssten dann einmal noch laden. Schade. Ach, wir würden es beim ersten Mal schaffen. Sie hat halt hier schon so wenig Leben. Um. Aber hier ist ja mal. So. Da hat sie diesmal keinen Schaden abgekriegt. Das ist gut. Dann können wir nämlich... Oh Gott, mein Gott, ist hier das Beste. Es sind diese Hunde. Diese... Ihr seid... Einmal ganz kurz. Damit ich einmal hier die ganzen Schädel habe. So. Dann wird eigentlich erst da vorne wieder ein Kampf kommen. Hoffe ich einfach mal. Okay. Es ist gut, dass sie gerade so weit weg ist. Hier sollten jetzt mehrere kommen. Ja. Nein, renn doch nicht, weil ich wieder zu dir. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Hm. Und sie warst tot. So. Einmal. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt alle paar Gästen Schädel. Die wir brauchten. Also kann ich jetzt hier einmal kurz abspeichern, ne? Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Aber... Dann wäre nur irgend so ein... Irgend so ein Knich. Der meinte, der müsste jetzt hier rumsprummern. Oh Mann. So. 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 Nein. Wir sind da. Habt Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Ähm. Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenste würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein. Ich sorge für das Essen. Okay. Ja. Sofern wir jetzt alle überleben. Sie können immer noch sterben. Dann wäre sie auch tot. Puh. So, Mädel, geh endlich ins Haus. Tu einmal, was man dir sagt. So. Jetzt ist das noch einmal. Gut, diesmal habe ich weniger in Läufe gebraucht. Aber da kommt jetzt gleich noch mal so ein Viech, ne? Ja. Vergesst nicht. Das muss unser kleines Geheimnis bleiben. So. Oh, noch mehr. Mädel, könntest du jetzt bitte ins Haus gehen? Ich würde dich gerne noch wiedersehen und nicht, äh. Jetzt Tote. Gleiche Öko-Kur. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Hund aber nicht getötet. Der Hund, der sich unsichtbar machen kann. Wie weit hast du es denn bis zu deinem Haus? Okay. Gut. Wir gehen einfach weiter. Ist nicht mehr unsere Aufgabe. Oh, Ertrunkener. Das hier ist unsere Aufgabe. Kreis aus Blut. Oh, noch einer. Die Geister hier, um meine Belohnung zu erhalten. Okay. Das heißt, das hält mich auch fertig. Sehr schön. Noch einen Grund zu speichern. Und jetzt müssen wir nur noch die letzte Kapelle finden. Aber da weiß ich schon, wo die ist. Und die sind ja vorhin dran vorbeigekommen. Und danach können wir wieder machen, dass es Tag wird. Wobei, nee. Wir brauchen ja noch die Ghula. Aber haben wir denn... Konnten wir denn von denen... Ich glaube, das Ghulblut konnten wir noch nicht abzapfen. Weil wir noch nicht aufgenommen haben in unsere Liste. Ins Bestiarium. Dann geht das noch nicht. Das machen wir aber alles noch. Da hinten lungern ganz viele ertrunkener. Na gut, da renne ich jetzt aber nicht hin. Wichtig ist erstmal, dass wir... ...die letzte Kapelle finden. Und tschüss. Ah, da ist noch einer. Klar, weil man auch nicht um die... ...durch die Pflanze kämpfen kann. Ich weiß nicht, ob man für später... ...vielleicht auch nochmal Barkesschäle braucht. Ob später kommt da nochmal so eine Quest. Wäsch? Wenn ich nicht hier wäre, würdest du jetzt vielleicht sogar sterben. Ich würde dich vielleicht lieber sterben lassen sollen. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ich werde... Achso, okay. Stimmt ja, wir haben ja noch gar kein... ...Silberschwert. Stimmt ja. Hört mir ja jetzt erst jetzt auf. Weil für gewöhnlich haben Hexer ja auch noch ein Silberschwert. In diesem Fall ist das allerdings nicht so. So. Ja, okay. Gut. Ähm. Da hinten wäre ein Lagerfeuer. Gehen wir doch da einfach hin. Komm, da ist eins. Warum? Kompliziert, wenn es auch einfach geht. Nein, das wollt ihr nicht. So. Sechs Punkte können wir verteilen. Das möchte ich ja mal erhöhen. Ähm. Wollt auf Verzeih eines Muttergehens. Haben wir sowas? Jetzt können wir sogar was herstellen. Ähm. Okay, Schwalbe haben wir aber noch genug. Aber Katze können wir noch nicht herstellen. Guter Gena-Trank. So. Das einmal. Ähm. Ist da war. Was war das denn jetzt? Oh, die leidige Suche jetzt danach. Nee, Sturm. Nee. Was ist da jetzt, dieses? Okay. Ähm. Muss ich gleich machen. Glaub ich. Dann. Stahlschwert. Was mache ich auch einmal? Das hier. Art. Die Genstufe 1. So. So. Und 1 haben wir dann noch. Das hier. Okay. Ich bin nicht, glaube ich, erst mal zufrieden. Das ist früh am Morgen. Dann trinken wir einmal das hier. Und. Okay. Okay. Nur ein Bronze-Talent hätten wir sonst noch. Aber einen extra. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Machen wir das hier noch einmal. Muss ich mir auf jeden Fall noch mal nachlesen oder vielleicht weiß einer von euch das, wie das mit dem Mutter-Gen da funktioniert. Was ich dafür brauche. Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Weiße Mühe. Das hier vielleicht. Das hier vielleicht. Warte mal. Das ist jetzt nur so versuchsweise. Also. Okay. Oder nur, wenn ich tatsächlich noch ein Talent frei hätte. Das ist nicht. Wir gucken einfach dann mal bei, bei Zeiten. Wir sind auf jeden Fall jetzt betrunken. Und wie lange hat das an? Weiß ja nicht. Zu lange. Ach, Gerald. Okay. Wir trockeln einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Wenn man schon nicht mehr feiern gehen kann, dann soll man sich wenigstens so fühlen, als wenn man betrunken. Oh, warum habe ich noch mal diesen weißen Möwe genommen? Gerald würde jetzt bei jedem Polizeitest durchfallen. Loch hilft. Gerald betrunken. Hallo, Wormaster. Schön, dass du reinschaust. Nein, Gerald ist nicht betrunken. Gerald hat. Na doch. Doch. Ja, er ist betrunken. Aber eigentlich nicht, weil wir Alkohol getrunken haben. Sondern wir haben einen Trank, der sich weiße Möwe nennt, getrunken. Und aus irgendeinem Grund reagiert Gerald da betrunken drauf. Der ist da ein bisschen. Schwächlich. Er ist doch kein richtiger Hexter gefühlt. Kaya, schön, dass du wieder da bist. Oh Gott. Dieser Moment, wenn man die Weinflasche öffnet. Kann ich aus dem einen Weinglas noch trinken? Ja, sonst sollte ich es lieber lassen. Wie geht es jetzt? Ah, Gerald ist nicht mehr ganz betrunken. Gerald sieht nur noch verschwommen. Aber Gerald kann wieder richtig laufen. Oh Gott. Statt einer Gänse sehe ich vier Gänse. Okay, nein, es sind wirklich vier Gänse. Aber es ist Warnversuch wert. Hey, Abigail. Was wollt ihr? Ich weiß, hier ist ein Stream voll auf, aber du musst dich jetzt nicht betrinken. Ich betrink mich auch nicht. Aber freitags ist halt meistens so der Tag. Also freitags und sonntags. So ein, zwei Gläser Wein. Die schaden nicht. Ich meine, du hast ja schon einmal mit mir Wein getrunken. Ich bin da ja nicht ganz so anfällig für. Das ist eigentlich eher so ein Gott läuft das alles gut zur Zeit. Trinken. Ich bin da hart. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die bei Gästen schon? Das ist mit irgendwie gezahenlos. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass es in der GOK-Version nicht so ist, aber auch hier wippen ihre Haare wie bei Steam in der Version. Also das liegt am Spiel selber. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, sieht so lustig aus. So wippende Haare. Sie haben ihren eigenen Tanz. Das fetzt richtig. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt genug Geld, damit wir unsere Bücher kaufen können. Was soll ich jetzt bitte mit Alraun-Wurzeln? Wie viel Geld haben wir jetzt gekriegt? Ja, wir haben 200. Wir konnten uns das Buch hier holen. So, da waren wir wieder pleite, aber wir haben das Buch. Das ist gut. So. Über Feldpflanzen. Das Buch beschreibt weiße Mürtel, Nieswurz, Schölkraut, Balissa, Kränauge, Berberohr und Sevant. Es ermöglicht euch, aus diesen Pflanzen eigentlich ein Mr. Shot-Zutaten zu gewinnen. Wer braucht das schon Headbangen, wenn man solche Haare hat? Oh ja. Oh ja. Also sie kann aufs Headbangen verzichten. Was wollt ihr? Wie spart sich das einfach mal? Okay, bei ihr können wir das nicht mehr verkaufen. Aber wir hatten doch... Gab es nicht in der Kneipe noch jemanden, der das verkaufen konnte? Äh, bei dem wir das verkaufen konnten? Äh, dubli-dubli-dubli-dubli-dub. Ne. So, ich dachte, wir konnten jetzt hier irgendwelche Pflanzen abernten. Aber das geht das immer noch nicht. Ne. Ist da noch irgendwas für tun? Wie ein Tagebuch an Zutateneintrag dazu. Ja, ich dachte auch, dass das dann... Ne. Ne. Ich meine, das hier sind ja die... Eigentlich die Zutaten. Warum werden wir sie immer noch nicht pflücken können? Bleibt mir ein Rätsel. Kräuterhändler-Teilchen. Was? Was hat es mit dieser... Nein, ich nochmal. Ich begrüßt. Möge was? Ich würde einmal verkaufen. Über Feldpflanzen. Über unterirdische Pflanzen. 300. Und würdest du da 300 für haben? Die ganze Scherfrunde meines Lebens eben gehabt. Echt? Äh, die Haare von der guten Froh sind einfach eskaliert. Ein wenig. Ein wenig. So, warum kann ich denn noch nicht... Diese Sachen da einsam. Äh, Scherfrunde. Äh, geht um ein Mongers. Da kann man Scherf sein. Wenn man da irgendwie so ein Motto hat oder sowas. Zeichen. Was kann ich euch bringen? Ähm... Dann bringen wir ihm das... Ich werfe noch nicht. Dann geben wir ihm das erstmal ins Lager. Was kann... Eine prima Gelegenheit, aber Verluste zurückzubringen. Und jetzt muss ich meinen Gelegenheit, aber wenn man da ہے. ögerlich. Das ist eine Eva Enfin. Kommt einfach, wenn man da. Und dann gibt es so tiempo, wenn man sich lange mehr mal anschaut. H Si- maiteen 표uum-